ja hallo und herzlich willkommen zurück bei hunter gain hier mit wot ja ich fahre heute einen tier 2 light tank der russen er heißt bt2 die standardaten über die granaten die besitzen sind 41 durchschlager 51 tschuldigung und 88 mit jeweils 42 der match so besonderheiten bei diesem panzer sind es ist einer der schnellsten tier 2 außerdem premium t2 light ich glaube die standardgeschwindigkeit beträgt 55 kmh ja das ist ein standardgefächt mit maximal tier 3 lobbies das ist halt das blödeste was dir gar nicht passieren könnte aber nun ja wir schauen jetzt mal was ich in diese runde mal schaffen könnte und so weiter ja da sieht man was und ein pc 2 oh ein ft ac das ist ja schon wieder was besseres so der ging durch ja kein wunder so und jetzt kommt das beste der schuss war sehr knapp dass wir überhaupt mal rein jetzt bin ich beim ersten kill das ist ein pc 2 seitlich gute durchschlagkraft gute wheeler time allerdings zu schnell und da habe ich die türen ja mehr lach gibt es nicht wollte ich jetzt hat eigentlich vorfahren und soll ich ihnen auch dann gleich Achtung ich wollte mich dann dort hinstellen So, eine PCT Jäger 1. Ihr wisst auch das Wort, ziele lange, damit du auch trist. So, er ist low life. Und habe abgedrückt. Und trifft wieder ab und der Schuss hätte getroffen. Aber ich hätte ziehen müssen, dann hätte ich den erst auch getroffen. Er hätte jetzt den zweiten Kill. Dann sage ich Hilfe und brauche Hilfe bei der Position. Habe dann gedacht, du, links für mich sind immer noch sehr viele Gegner. Wirklich da mal rein. Ja, da ist der PCT 2. Und da wird immer gesiegt. So, ein T2 Medium. Oh, der hat gesessen. Das ist ein 40er. Ein Knoll. Jetzt bin ich schon bei 2. 3. So, ein D2 Tier 3 Medium Tank der Franzosen. Sehr stark gepanzert. Ich denke mal einfach, ja, YOLO. Haugen zu, wirklich. Erster Schuss daneben. Kontoschuss. 52. Daneben. Die Turmdrehgeschwindigkeit ist nicht so schnell. Und Arm Arsch abgefreit. Ja, ein M2 Light. Ich glaube, ich bin jetzt bei 3 Kills und ganz gutem Damage. Ja, Besonderheiten 160 live. Wenig Panzerung. Aber, wie gesagt, sehr schnell unterwegs. Und somit auch ein sehr guter Vorteil gegen Medium Panzer oder TDs, um sie zu trollen. Ich weiß nicht, wenn wir schon diesmal gelaufen. Bei Scouts-Panzer sind davon gedacht, dass man vorfährt. So. Der Amex 38 ist von hier bis da drüber. Das sieht man auch nicht alle Tage. Dann versuche ich natürlich auf den Zugriff. Voll drüber, wie gesagt, ziehe ich über die Spanz ein. So. Und dann sehe ich hier den BD28. So. Umgedreht. Vengeaimt. Daneben. Basta jetzt fällt. Seht, dass er auf mich gezielt. Schießt schon wieder drüber. Er trefft mich einmal. Das wusste ich, dass ich nachgabe. Na, hat er zum Mann geschafft. So. Und jetzt. Unterwanderung gedreht. Das ist mein Kill Nummer 4. Und hier. So. Und ein Arm X 38 ist nicht so stark. Aber Drops hin. Er hat sehr viel Panzer und sehr viel. Kettentreffer. Vielleicht Gold. Nicht probier. Gold geladen. Zehn Stück habe ich davon. Jetzt probier. 88 Durchschlagkraft reichen völlig. Jetzt probier. Um ihn seitlich. Probier. Zu penetrieren. Wie sonst noch raus. Probier. So. Und schon später. Gertop. Ist der 3er. Mi. Leichter Panzer. Leichter Panzer. Äh. Entschuldigung. Zähl zahvachsena. Bronia nicht probier. Ja. Es ist aufstavit Zähl. Standard. Aber. So ist es halt. Es ist probier. Zähl zahvachsena. Dann wollte ich ihn. Hätte ich an den T127 hergeholt. Oder dieser. Geholt. Kill. Zähl zahvachsena. Ja. So. Jetzt mal das gefährlichste forever. Ein PZ-38 T. Ich glaube es war es. PZ-35 T. Ja. PZ-35 T. Zähl zahvachsena. Er zählt auf mich. So. Er trifft mich einmal. Ich hab Gold geladen. Grund einfach. Um besser zu treffen. Er trifft mich nochmal. Und ich schieße. Und ich stoße. Treffe ihn in die Seite wo ich normalerweise nicht durchgekommen wäre und penetriere ihn und töte ihn. Gut. Somit. Habe ich mein. Kill Nummer 6. Ja. Ich weiß noch. Ich hab 6 Kills gemacht. 742 Damage. Gemeistert. Ja. Have fun. Roll out. Hö Plz.